wir waren ja mit unseren neuen blade unterwegs auf jeden fall mein nächstes schein in pokémon was ich jagen werde das glumanda und dieses shiny glumanda würde ich liss übergeben das das shiny pokémon ist übrigens ich liebe ich gut bei meinem pflanzen starter ich weiß nicht genau mehr wie das heißt so viele felis eine box eine box volle eier hat gereicht für den shiny sind die aggressiv wenn ich dann vorbeilaufe ich bin immer noch hohes level und ich bin in einer sequenz wenn ich mal mehr zeit habe könnten auch dem souls zu zweit oder so angehen wird wahrscheinlich aber erst nächstes jahr würde ich sagen aber wenn ich die spiele sehen die da alle kommen die herr wie Ich glaube, das ist das Problem. Na, komm, Serpente! Bis zum nächsten Mal. Was ist das? So. So. Das war's für heute, wenn ich jetzt noch ein paar Worte rauskriegen habe. Das war's für heute. Ich bin jetzt noch ein paar Worte rauskriegen. Ich bin jetzt noch ein paar Worte rauskriegen. Das war's für mich. Das war seb혹b. So glaube ich, es wird in die Kamera erfüllt. So sollte man in die Kamera entstanden sein. Is das passiert? Ähm, upsie. Da ging es glaube ich nicht lang. Warum denn sonst? Das ist ein Dschuldigung. Das ist ein Dschuldigung. Wir müssen die Qualität nicht abhängig. Mit der Kugel ist das Wunsch. Das ist eine neue Zeit. Das war also eine Zahl. Ich kann euch das so schnell. Ich habe mich über die Kugel für die Kugel geschlossen. Ich habe mich über die Kugel. Ich habe mich über die Kugelang. wir sind aber auch kurz vor kapitel ende glaube ich was wird ja lustig im dritten teil ist es mit dem wege finden genauso bescheiden vor allem es gibt halt nur diese eine karte aber es gibt so viele ebenen ein gutes spiel achtet eigentlich darauf dass man hier kann ich doch runter Okay. Ja. Und jetzt? Ich muss hier irgendwo umlaufen. Spiel manchmal, ne? Hm. Ah! Oh, fick dich, Spiel! Was ist das denn für ein Scheiß? Oh, dann bin ich wieder hier! Fick dich! So macht das Spiel Spaß, ne, nicht. Oh! Jetzt muss ich schon wieder einen Weg finden. Und hier gibt's keinen Weg. Und hier gibt's keinen Weg. Ich muss irgendwo nach oben. Ich hole dich das an. Da oben für den Weg lang. Oh, man. Oh. Vielen Dank. 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 Wow. Vielen Dank. Das war's für heute. Oh, ich fühlst du nicht die Klinge! Oh, ich freue mich. någon infine ja okay zu einen Alter, was ist denn hier los? Wieso bin ich auf einmal so? Alter, wir sind Level 70! Aber wir haben keinen Heiler mehr im Team. Warum ist hier noch so ein hässliches Trilochasma? Was ist das? Hallo? Oh Mann, dieser Rückwurf! Der trifft den Zweiter auch noch auf uns! Nur weil der drunter gehen musste, dieser Pisser! Aber wechsel doch die Klänge! Ach Mann, ich habe schon keinen Bock mehr! Mann! Wir hätten den locker besiegen können! Wir hätten den locker besiegen können! Aber guckt mal, wie viele Gegner hier unten sind! Mann! Mit Level 70! Ich spiele auf normal! Was ist falsch mit dem Spiel? Oh, dieses Loch hat drei Gegner gehabt! Leute, fallt da nicht rein, Mann! Mann! Hm. Das war's für mich. Das war's für heute. Mann! Ich habe geheilt! Dieses Heilen bringt nichts, wenn die- Ich bleibe auf Nia. Oder ich muss Nia wieder reintun. Hier ist mein 둘ig! Der Devur derشie DIE BEF. Das war's für heute. Blado Cobble 13! Cool! Great! War es nicht! Du bist ein Armour! Sie haben uns gebeten! Was kannst du? Ich bin ein Armour! 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 Obtlone Arsch! Aus spellen er abschlag! Wie geht das mit dem Schwierigkeiten! Ich bin ein Armour! 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 Gott sei! Ich muss den Alman-Heiler geben. Da hat man einmal keinen richtigen Heiler dabei, also Mia nicht dabei, sondern nur als Klinge. Der Alman-Heiler ist sehr schrecklich. Das war's, Mia! Der Alman-Heiler ist schlecht, Metsu! Das war's! Das ist ein Schmerz! Das war's, aber ich glaube, dass du das Schmerz ist. Das war's, was ich? Das ist so großartig. Aber es ist schwierig, dass du nicht mehr so viel zu verletzen kannst. Ich habe das Schmerz, aber ich habe das Schmerz. 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 Was ist das? Ich glaube, ich glaube, dass es nicht so gut ist. Oh nein! Was hast du denn gemacht? Ich habe mich verletzt, dass ich den Körper wiederholfen. ... Das ist mein Platz, Metsu. Das ist hier. Wie viel wird denn diese Collector's Edition kosten? Also ich würde mich ja schon mit der Deluxe Edition zufrieden geben. Die kostet nämlich nur 109 und hat eine Karte drin, Steelbook. Und kann man die dann nur auf der offiziellen Square Enix Seite kaufen oder kann man sie auch bei Amazon? Obwohl, im Square Enix Shop hat man doch schon eher Chancen es auch zu bekommen. Ok. hmmm